Shaggy Bane von Douglas Stewart ist eine Art Coming-of-Age-Geschichte, die in den 80er Jahren in Schottland spielt, in einer sehr finsteren und sehr armen Welt. Und obwohl das unglaublich düster und eigentlich auch wahnsinnig traurig ist, hat es sehr berührende Figuren dabei, die wahnsinnig tragikomische Situationen erleben. Und in der Art und Weise, wie er auch schildert, der Douglas Stewart, den Umgang mit unterdrückten Sehnsüchten oder mit Homosexualität, liegt für mich eine ganz große utopische Kraft. Und auch wenn das in den 80ern spielt und mit dem ökonomischen Druck der Margaret Thatcher-Era sehr viel zu tun hat, erzählt es auch ganz viel über heute, finde ich, wie wir miteinander umgehen und leben. Amen. 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 Amen.